Herzlich willkommen meine Damen und Herren hier auf der Terrasse des Tulip Inn in Düsseldorf mit Blick in die leere Esprit Arena, wo normalerweise 56.000 Fans der Fortuna zujubeln. Alan Bradley feiert dieses Jahr seinen 80. Geburtstag. In Kanada geboren, zog er sich bereits mit 56 Jahren aus dem aktiven Berufsleben zurück, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Auf der Basis eines einzigen Kapitels wurde sein erster, damals noch ungeschriebener Roman, Mord im Gurkenbeet, mit dem renommiertesten Krimipreis der Welt ausgezeichnet, dem Dagger Award. Zurecht, denn der Einstieg in den ersten Roman ist so meisterhaft, dass man ihn nie vergessen wird. Mord im Gurkenbeet ist ein klassischer Verwas-Krimi à la Agatha Christie und ist eben doch noch viel mehr, denn die Protagonistin Flavia de Luz ist zehn Jahre alt und mit einem wunderbaren Humor ausgestattet. Die Welt kannte zuvor keine so gewitzte und unwiderstehlich liebenswerte Detektivin. Als sei die legendäre Miss Marple-Darstellerin Margaret Rutherford schon als Kind auf Mörderjagd gegangen. Die junge Flavia de Luz staunt nicht schlecht, als sie im ersten Morgenlicht eine Leiche im Garten entdeckt. Ausgerechnet im Gurkenbeet. Jeder hält ihren Vater für den Mörder, denn Colonel de Luz hat sich noch tags zuvor mit dem Verblichenen gestritten. Nur ein einziger Mensch glaubt felsenfest an die Unschuld des Colonels, seine naseweiße Tochter Flavia. Schließlich ist der Ermordete vergiftet worden und ganz im Gegensatz zu Flavia, die eine begnadete Giftmischerin ist, hat ihr Vater nie Interesse an der Chemie des Todes gezeigt. Also fragt Flavia in vermeintlich kindlicher Unschuld sämtlichen Zeugen Löcher in den Bauch. Hartnäckig folgt sie jeder noch so abwegigen Spur, bis sie einsehen muss, dass ihr Vater tatsächlich ein dunkles Geheimnis hütet. Und so befürchtet Flavia, dass sie vielleicht eine zu gute Detektivin ist. Ich empfehle dieses Buch von 10 bis 99 Jahre und verspreche Ihnen, dass die ganze Familie bestens unterhalten sein wird. Alan Bradley hat mit seiner Reihe um die junge Meisterdetektivin, die in der Zwischenzeit auf acht Bände angewachsen ist, weltweit die Herzen aller Krimi-Fans im Sturm erobert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017